ja mein südter hier ist wieder mal euren hier von farmlok willkommen zum weiteren teil der amerikanischen artwärtskalender zum türchen nummer vier ist hier unten ins eckle da schieben wir den mal ein höher sind doch von der 1 da ist auch wieder nichts drin da könnt ihr sehen ich weiß dann auch nicht ob das sich vielleicht verrutscht ist vielleicht in der 10 gelandet ist in der 12 gelandet weil die genau daneben an sind kann ich euch nicht sagen ich kann es euch natürlich zeigen was da vielleicht drinnen sein könnte auf dem blatt das müsste hier ist die fünf da unten ist die vier nerds sollen da drin gewesen sein ja gucken ob wir sie noch finden 54 war auch wieder eine mauer angelegenheit also nichts drin mal gucken ob wir die noch wieder finden oder keine ahnung aber trotzdem wenn euch das heute gefallen hat drücken gern das daumen nach oben dass man oder das nächste mal und tschüssi